Beim Ford will ich vorne noch einen Spurstangenkopf und eine Lenkstange will ich wechseln und da habe ich erst Teile aus den Staaten bestellt, die waren gestern angekommen, die kann ich jetzt leider nicht einbauen, jetzt muss ich nochmal neue bestellen, wir haben jetzt mittlerweile Dienstag und die brauchen so gemunheitsgemäß zwei Tage aus den Staaten bis sie hier sind, also kann ich sie wahrscheinlich auch erst Donnerstag einbauen, das wird alles sehr sportlich, deswegen bin ich jetzt damit beschäftigt, schöne Vorarbeiten zu leisten, damit ich dann nur noch umbauen kann. So und zwar wechseln wir heute die Lenkung vom Ford und zwar vorne diesen, ich glaube Mittellenkhebel heißt der und einen Spurstangkopf und dann machen wir noch einen Achsvermessungstermin, morgen fahre ich nämlich eine ziemlich große Strecke wieder mit dem Ford und es wird nicht weniger, es wird dann immer mehr die nächsten Tage, deswegen muss das gemacht sein. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich das heute hinkriege und jetzt habe ich auch nur anderthalb Stunden Zeit, das zu wechseln. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Alter, nach ein paar Sekunden kann ich hier schon nichts mehr anfassen. So, Splint ist draußen. Und der Pilot rufen wir auf und dann ist es doch schon ganz einfach so viel passen. Gut. 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 Arscher, alter Schrader. Hein? Du bist ja gar nicht. nach vier stunden ist endlich dieses kack ding heraus das ging jetzt nur mit dieser gabel dessen namen ich noch nicht kenne aber ich werde sie bis ans ende meiner tage lieben also das hing bis eben noch hier oben drin ich habe schon den lenkungsdämpfer gelöst gehabt ich habe die andere seite schon gelöst gehabt und das ging nicht raus stundenlang haben wir jetzt mit dem hammer drauf eingeschlagen ich drehe noch durch ich hoffe es geht beim einbauen leicht darunter haben wir nun den neuen sind ja halt halbwegs identisch aus nur dass die neuen halt hier schmiernippel haben was die alten nicht hatten wie ihr hier seht ihr seht hatte ich mich zwischenzeitlich dann sogar schon mal umgezogen und geduscht weil es einfach ewig gedauert hat so jetzt müssen wir die exakte länge von bolzenmitte bis bolzenmitte aus und dann kommen wir das neue teil genau auf die gleiche länge wieder zusammen fixieren das alles so wie es hier auch was mit diesen schellen die habe ich ja hier auch noch mal neu und dann kommt es unter die karre wird alles festgezogen abgeschmiert achsvermessung 108,6 zentimeter jetzt verbinde ich noch den lenkungsdämpfer der auch irgendwann getauscht wird aber der kommt wahrscheinlich noch im zuge eines liftkits noch dazu er kommt jetzt noch hier rein und dann kommt es um das fahrzeug weil ich jetzt erst mal nicht mit dem gelenk an dem reifen vorbei kam habe ich jetzt noch mal in ganz nach links gelenkt jetzt komme ich da auch dran vorbei jetzt stört mich halt der stabi wahrscheinlich noch mal auf anderen seite los drehen andere seite fest ja hier drüben bin ich jetzt jetzt geht es darum dass ich hier auf der anderen seite und dem fahrer quasi hier in diesem lenkarm der quasi aus dem lenkgetriegel kommt komme und dass ich den dann einsetzen kann ja noch ein stück gut danke passt jetzt können wir den lenkungsdämpfer wieder festmachen muss ich quasi dann zusammendrücken und hier fest drehen und jetzt können wir anfangen die hier fest zu ziehen und rüber zur anderen seite erstmal überhaupt irgendetwas wäre super stop 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 nähe nach rechts das alles voller fett jetzt habe ich den bergen noch mal ein stück aufgebockt damit ich das rad besser drehen konnte von hand muss eigentlich nur rein und mit der schraube sichern so jetzt ist mir das noch für den sprint da dann kann ich den sprint durchziehen und fertig sind wir halt mal mit dem tollen victorinox das nur noch auf der anderen seite und dann schauen wir mal wohin unser lenkrad jetzt steuern so ich habe tatsächlich jetzt noch auf in allerletzter sekunde jemanden gefunden der mir die achse vermisst wir haben es jetzt 18 uhr 20 die sind sogar noch 20 minuten länger geblieben weil das erst mal nicht ganz gepasst hat das lenkrad ist nicht hundertprozentig gerade es ist so ein leichten tick nach rechts das wird mir jetzt ein paar die nächsten tausend kilometer auf den sack gehen bis ich das lenkrad abnehme und dann auf diese verzahnung wieder gerade aufsetze auf jeden fall weiß ich dass die spur passt beim fort dass alle räder gerade fahren und das ist erst mal ja das reicht mir erst mal dann würde man ja sagen das wäre jetzt ein erfolg war es aber nicht weil das klappern weshalb ich das ursprünglich gemacht habe macht er immer noch ich bin jetzt extra noch mal in der ecke gefahren wo es kopfsteinpflaster gibt und ich habe schon gerade klappern hören vorne links achtung euch kotz ab das hat ja gar keine verbesserung gebracht was ist das problem dieser dreckse achse muss ich eigentlich noch mal der sache nachgehen das nervt mich den ganzen tag damit verbracht tja wie ich schon immer wieder mal in videos gesagt hat mein kanal zeigt nicht nur erfolge ich mache erstmal was schaue ob es klappt zeige euch das und wenn es nicht klappt sage ich euch das dann genauso ist es hier in den videos kann ich immer nur erfolge geben aber das was ich gewechselt habe musste hier gewechselt werden also war das schon mal okay ist halt nur frustrierend dass ich jetzt weiter das kloppern habe und gerade morgen kommt eine große strecke auf mich zu 1000 Kilometer auf jeden fall ziemlich weit wo ich hinfahre darf ich leider nicht sagen ich bin zu einer party von ziemlich horten jungs eingeladen aber leider darf ich da nicht filmen ich darf euch gar nichts darüber wo es sagen wo es ist mit wem es ist ja ist leider da ein bisschen bisschen schwierig mit den jungs dann wünsche ich euch trotzdem jetzt noch einen schönen tag und bis zum nächsten video in dem wir dann wahrscheinlich hoffentlich dieses problem lösen mit dieser scheiß achse also bis zum nächsten video